ist ein eingangs erster das große teil hier oh gott kommt was die seerose hier ist hier ist ein labyrinth ganz stylisch hier können wir mal reingehen vielleicht finden wir irgendwie den ausgang oder so hier sind natürlich auch ziemlich viele gegner und so random durchlaufen bringt meistens ziemlich viel schon okay sind schon die gegner meistens käfer müsst ihr nicht gekriegt auch zum glück machen die so viel schaden ohne kiste das meistens der falle weiter fäden sind blaze roth auch wenn ich nicht was ist hier dann geht es hier weiter auch so ich kann man haben auch benutzen oder ja die blöcke hier kann man leider nicht kaputt machen oder kann man aber darunter das bedrock deswegen bringt uns nichts die schiffe schwebt ein bisschen nix es wird ja lustig lava das ist dass wir hier ein fehlschlag müssen wir in der anderen richtung wir gehen mal hier hin und landen hier ist ja gut dann gehen wir hier lang doch essen ist ausgegangen ja irgendwo irgendwo muss es hier noch weiter gehen jetzt noch ein eingang ich weiß einfach nicht wo es hier lang geht ach hier ok das heißt diese etappe haben wir auch schon geschafft wenn wir weitergehen ich glaube dass der brand hat immer so drei ebenen wie gibt es fackeln wenn man die braucht da kann man nicht abhauen damit doch man kann die alle auf einmal aber wenn man die braucht dann kann man die nehmen braucht ihr eigentlich nicht ein centauer toll weil er kann sogar auf einem chargen macht auch schon fast schaden wenn wir glück haben hat das lebe und auch immer nur zwei ebenen sind wir schneller fertig ich weiß nicht die fackeln sind ausgegangen da kannst du toll gehen wir wieder zurück äh ein bisschen zurück äh mist wo kamen wir denn jetzt äh wo ist der fackel rum denn jetzt der raum und hier kamen wir oder ja gewinnen immer den weg hier aber ist in dem hiervon kamen wir dann nehmen wir hier den weg äh zählen noch nichts also sieht schon gut aus ist ein schön langer weg der hat mich schon wieder gebrappt scheißviech äh scheißviech äh cool mal schwirms eine sarkasse schade ich dachte hier geht es weiter ach nein geht weg äh oh gott achso hier schon der boss na gut hat das wohl doch nur zwei ebenen aber dann besiegen wir den typen mal würde ich sagen äh der der boss hier ist sehr schwierig äh ja so geht der kampf ich weiß der ist sehr schwierig oh okay ich geh mal rein das wird sonst zu langweilig oh hat er kampf oh wow oh mein gott oh gott oh 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 das war aber knapp ja toll ne wir kriegen da im inner tower axt und äh tnt toll und ne ne das haben wir jetzt nicht hier ist hier ist nur ein masemap fokus drin wollen wir mich eigentlich verarschen achso der uncrafting table warte mal kann man nicht mehr craften achso halt dann ist ja ok äh gibts ja holz äh Mist ich hab alles gefunden so und jetzt können wir die masemap machen genau äh jetzt müssen wir den exit finden den ausgang auf deutsch wieviel schon macht das plus sieben das ist schon ganz nice aber immer noch nicht gut genug ja hier sie waren oh gott bin ich hier schnell unterwegs jungen und die waren eben aber hier noch nicht die teile so hier sieht man aber das ganze labyrinth und ziemlich umfangreich oh hier ist xp das heißt hier war ich schon mal das heißt hier ist der weg zurück wahrscheinlich oh fucking das heißt äh wir sind in der nähe des ausgangs des ersten ausgangs mhm das ist nämlich genau ja äh jetzt gehen wir wieder zurück äh ja ja okay wir müssen nämlich genau hier hin und hier lang und dann hier lang ach ach was ist hier denn kaputt ja nicht mein problem äh sie sind fackeln das heißt hier muss das irgendwo sein ich wollte mal den fackeln folge den fackeln dann müssen wir nämlich zu diesem fackel plate warte so viel war schon oder ja hier geht's nach oben mhm und äh sind wir schon auf der zweiten ebene das ist das zählen nur für eine ebene oder was das ist eine billige karte gut ich ich weite ich trotzdem mal was ist das denn hier hier ist noch eine kuh naja geht mal weg so und hier kamen wir glaube ich auch habe ich glaube ich irgendwas am boden gesehen also wir sind auf dem richtigen weg schon mal und hier sehe ich schon den ausgang hurra das war easy die karte haben wir gar nicht gebraucht kack map äh mhm jetzt mal unser inventar voll das heißt äh wir müssen warte gibt es eine minotower figur warte mal mino ne hier gibt es nur die axt die man kriegt extra damage wenn gecharged verstehe ich nicht und äh ok 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 das heißt als nächstes da kommen wir bei den achievements was wir als nächstes machen müssen als nächstes müssen wir hydra töten die ist ja ganz in der nähe eigentlich werden wir theoretisch direkt besiegen ich weiß nur nicht ob das reicht mit dem platz inventarplatz hier und falls muss ich hier noch irgendwas wegwerfen äh naga skate zum beispiel die brauche ich nicht die maps ok die magic map brauche ich schon ist magic map brauche ich natürlich hierfür noch äh die hitler sollte in diese richtung sein ja im roten sumpf aber die blöcke sind cool eigentlich die rauchblöcke und so machen schön rauch und so die könnte ich einfach abonniere darunter ist aber leider lava immer die dinger funktionieren nämlich äh mit lava am besten ich finde die dinger voll cool ich finde die dinger voll cool ich schaue mal hier eins ab genau dann wollen wir die hydra hier töten das hier ich habe gehört das wird wieder ein legendäres battle der pfeile bringen jetzt nicht so viel äh äh ein bisschen schön gut also schon mal ein spannendes battle hier äh ich habe mich schon fast angegriffen äh 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 echt schwierig spaß ui steh'n ne 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 no ne nur ne 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 das ist ne ne das wies dann du ne 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 theirs ne 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 � Corey ne ich habe ja schon durch die die das war ein echt spannender kam toll echt geiler kam jetzt haben wir hydra job lecker und schönes blut baby toll welches monster steht denn als jesus auf der liste schiefmanns als nächstes kommt okay jetzt kommen die dinge nachher das ist als nächstes müssen wir den ich kann doch schlecht darauf zeigen wie so dieses bereich dieses bereich ein teil bei dem mega gast davon muss ich noch mal zurück weil ein inventar ist voll eine trophäe müssen wir behalten ja aber auch nicht müssen wir zu hause da also schon ein ganzes stück weit weg überhaupt mehr als doch der karte